Sag mal, wollt ihr mich jetzt hier alle verarschen? Ich fühle mich gerade echt ein bisschen verarscht. Was ist denn jetzt los? Oh, verpiss dich! Bitte, danke. Einfach runter da mit dir. Einfach da runter mit dir. Komm, jetzt. Hau ab. Runter da. Wie, du kannst dich da runter? Das ist natürlich traurig. Das ist natürlich traurig. Wenn das nicht geht. Was? Wir wollen einen Gastank? Oh, komm. Schmeißen. Ach so, ich soll das... Yeah! Ja, ich hab mein... Ich hab's doch fixiert. Jetzt schlag doch zu! Hallo. Schlag zu! Danke. Aber das ist ein bisschen brutal. Ja, gut, okay. Schmeißen wir den... Können wir den jetzt echt mal bitte... Wow, ach so, wir können den so ein bisschen rumschleudern. Das find ich nett. So, ähm... Lass den mal bitte los. Ja, komm, steh einfach wieder auf. Steh einfach wieder auf, damit ich dich jetzt vorher schießen kann. Jetzt steh wieder auf. Ja, komm. Kollege. Komm, steh auf. Steh auf. Dann halt nicht. Du weißt schon, dass das weh tut. Was muss ich machen? Äh, ich muss etwas... Um das Kabel aus dem Wasser zu holen. Was für ein Kabel? Hä? Aber ich hab doch das Kabel schon aus dem Wasser. Auch wenn das nicht gewollt war. Aber ich hab das doch schon geschafft. Okay, was sollte ich denn jetzt... Also, wir überlegen jetzt mal ganz kurz. Ich sollte bestimmt hier so eine Schippe nehmen. Und dann hätte ich das ausreißen können. Und hey, hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Das gefällt mir. Dann nehmen wir doch gleich mal ein bisschen was mit. Und das passt nicht mehr rein. Na toll. Können wir das hier mal ausmachen oder so? Bitte? Ja, ich hab das Kabel doch aus dem Wasser geholt. Ach. Hab ich das Spiel jetzt schon wieder verklappt? Das wäre nicht so nett. Ich meine, hier muss ich ja eindeutig weiter. Ich hab doch das Kabel schon aus dem Wasser geholt. Aber das kapiert, glaube ich, das Spiel gerade nicht. Oh, scheiße. So, wir nehmen jetzt einfach mal ein Rohr. Tun so, als würden wir das Kabel aus dem Wasser holen. So. Ne, jetzt haben wir es eher wieder ins Wasser reingepackt. Ja. So. Da, hast du gesehen? Haben wir aus dem Wasser geholt. Bist du jetzt glücklich? Schmeiß das Ding weg. Können wir jetzt bitte weiter? Danke. Bitte? Kann ich jetzt da bitte durch? Nein, immer noch nicht. Mann, warum geht das nicht? Soll ich da etwa gar nicht durch? Wie, hier rein? Nein, was ist denn da? Hallo? Taschenlampe? Hilf mir. Was ist da? In dieser Ecke? Nichts. Okay. Das pure Nichts. Was muss ich denn hier jetzt schon wieder machen? Nicht durch die Tür gehen? Warum denn nicht? Muss ich die Tür schon wieder kaputt schlagen? Okay. Okay. Machen wir einfach das, was der Gegner möchte. Ich bin aber dafür, wir nehmen einfach mal so einen Gastank, platzieren den da vor die Tür und dann ist alles gut. Wir können auch natürlich probieren, mit dem Gastank die Tür einzuhauen. Das geht natürlich auch. So wie ihr möchtet. Also hauen wir die Tür erstmal ein. Ja, genau. Yeah. Äh, nee. Nee, nee, nee. Das funktioniert für mich. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Komm. Ein bisschen Abstand suchen. Das ist schön. Das ist gut. Und jetzt ziehen wir unsere Waffe und schießen da alles ab. So, ich glaube, das dürfte die Tür eigentlich nicht aushalten. Eigentlich. Yeah, ich sag doch, die Tür ist offen. Ich bin so schlau. Nur manchmal dauert das halt bei mir ein bisschen länger. Ihr kennt das. Hi, was ist denn jetzt schon wieder los? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was will Janus nacken? Was will Janus nacken? Ah! Wait, what? Ist da einfach so Wasser entstanden? Ah! Mit der... Was? Was machst du denn? Hä? Ich sollte doch mit der Taschenlampe das weg machen. Ähm. Bitte? Ist meine Taschenlampe gerade über leergetragen? Nee, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Also dieses Spiel ist durchaus etwas sehr verbackt. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. Hallo? Ja. Was zum Teufel? Fass mich gar nicht an! Fass mich gar nicht an! Ich frage mich, warum der was erzählt von wegen, fass mich nicht an. Der fässt sich doch gar nicht an. Vor allen Dingen, was sollte ich denn nicht anfassen? Das ist nur Wasser. So, ich wechsle jetzt in die Ich-Perspektive, damit ich das... die Schlotze hier wegmachen kann. Ja, komm, mach die Schlotze weg. Wahrscheinlich bin ich einfach zu schnell gewesen gerade. Ja, mach die Schlotze weg. Jetzt! Hau ab, Schlotze, ja? Ich mag dich hier nicht. Obwohl das sehr... Also physisch sieht das sehr, sehr schön aus. Muss man gerade zugeben. So, jetzt kann sie da gerne wieder hinfließen. Okay, dann halt nicht. Ich laufe! Die Schlotze ist hinter mir her. Oh mein Gott, was ist hier denn schon wieder los? Also, ähm, ja. Das Spiel ist nicht nett zu mir. Können wir das bitte ausschalten? Können wir bitte den Strom ausschalten? Könnten wir überhaupt irgendwas ausschalten? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, diese Schlotze ist hinter mir her. Was ist denn das schon wieder? Oh nee. Im Ernst? Oh, ey. Ich glaube, mein Leben hasst mich. Oder das Spiel hasst mich. Eins von beiden wird's sein. Oh, shit. Ist das dein Ernst? Ich hab keine Muni mehr. Ist das dein Ernst? Ich hab... Oh. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Ich hab einfach keine Muni mehr. Yeah, ich bin sowas für ein Gut, ey. Ja. Was machen wir da jetzt? Wir nehmen uns einen Gegenstand. Aua, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Ich seh nichts mehr. Hallo? Hallo? Wo bin ich? Was bin ich? Achso, ich muss blinzeln. Ja, hau doch einfach mal ab. Ja, ist ja gut. Ich laufe jetzt einfach. Komm, verpisst euch. Nein, nicht... Ah, nicht in den Elektroscheiß. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da rüber? Nee. Ah, nicht ins Wasser. Hä? Was soll ich denn jetzt hier? Ja, genau. Sterb einfach mal. Aua. Das finde ich sehr cool gemacht. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Das finde ich sehr uncool gemacht. Au! Wie kannst du mir denn bitte an den Hinterkopf schießen und dann ist die Schlotze vor meinem Kopf? Ich muss jetzt mal bitte wegtreten. Hallo? Könnte ich mal bitte irgendwas haben? Also, jetzt reicht's. Ich suche mir jetzt hier irgendeinen Gegenstand. Jetzt lass mich doch hier mal vorbei. Meine Güte. Wegtreten kann ich euch ja nicht. Warum auch immer. So. Taschenlampe ist wahrscheinlich auch leer. Toll. Richtig toll, ey. Ich bin ja richtig gut vorbereitet hier. Warum ist denn meine Taschenlampe aus? Mach mal hier die Schlotze weg. Komm mal. Was kann ich denn hier schon wieder machen? Ah, ich kann das schon mal abdrehen. Das finde ich schon mal gut. Hier kann ich mir also Gegenstände jetzt nehmen. Lag hier nicht irgendwo auch Muni vielleicht? Ich nehme mir jetzt erstmal einen Stuhl. Auf jeden Fall, dass hier irgendwas kommt, schlage ich es zusammen, ey. Obwohl, wir nehmen uns lieber hier so ein Holzstück. Das ist viel besser. Komm, hau das Ding einfach hier kaputt. Yeah. So, geht doch. Danke. Was ist denn nun los? Hallo? Ah. Ich dachte schon, das Spiel ist plötzlich weg. Kannst du das Ding bitte fallen lassen? Danke. Gehen wir mal in die Ich-Perspektive. So. Was ist... Das verstehe ich übrigens nicht. Ich habe gerade Licht um mich rum gehabt. Und... Was? Das ist doch... Oh, ey. Das ist doch echt zum Kotzen. Sowas mag ich nicht. Also... Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit in das Spiel investieren sollen. Vielleicht minimalistisch ein bisschen. Damit man so ein, zwei Bugs noch ausgleicht. Aber... Ach, who cares? Niemand interessiert sowas. Ich weiß. So, das liegt bestimmt daran, dass diese scheiß Ecke hier vorne noch ist. So, jetzt reicht jetzt nämlich diese Lichter hier und schmeiß die da mal rein. Nein, du sollst die Taschenlampe schon mitnehmen. Oha. Kannst du das nicht mal bitte hier schmeißen? Schmeiß die Lichter jetzt einfach da hin. So, jetzt kann das Vieh doch da nicht mehr existieren, oder? Eigentlich dürfte das nicht sein. Hier, wegen diesen kleinen ekelhaften etwas... Oh Gott. Ich bin so gut wie tot. Haut bitte ab. Danke, ja. Wo muss ich verdammt nochmal hin? Ja, hau ab. Mann! Ich war doch draußen fast, ey! Oh! Das ist doch nicht dein Ernst! So, so ein kleiner Pille-Palle, ja? Ey! Da sind sie mal wieder ganz genau gewesen. Ganz, ganz genau! Ich kann's nicht verstehen. Why? Why do you do this? Dann leuchte ich jetzt halt die ganze Zeit mal nur vor... Sag mal, du sollst die Taschenlampe auch benutzen, ja? Also, das wäre zumindest sehr informativ. Das wäre sehr gut, wenn du das machst. Ich weiß, ich bin eh gleich wieder tot. Ja, was? Obwohl ich die Taschenlampe anhab? Hä? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, ja? Also, jetzt geht nur noch eine Sache, die ich tun kann. Ich zeige euch jetzt, was ich tue. Ich werde das Ding jetzt einfach auslöschen. indem ich so einen Stuhl nehme, der... Was? Hallo? Ich sehe gar nichts. Wo bin ich denn hier? Ich werde jetzt einfach hier so einen Stuhl nehmen. Wo ist denn hier der Stuhl? Den brenne ich jetzt an und dann schmeiße ich das Teil da einfach hin. Hallo? Könntest du den bitte mal anzünden? Anzünden! Hallo? Brennt der jetzt mal? Danke. So, was sagst du dazu? Ah, dazu sagst du auch, was mir... Okay, es ist mir scheißegal, brennender Stuhl. Okay. Alles klar, danke. Hä? Also, ich hab echt gerade gar keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Das finde ich sehr nett. Danke, Spiel. Also, irgendwie bin ich gerade zu dämlich. Und da hinten muss ich außerdem auch noch... Ich kriege denn das Feuer da abgedreht? Wie mache ich das denn? Da muss ich wahrscheinlich hier irgendwie rein. Ja, bitte geht mal weg. Danke. Jetzt reicht's jetzt. Klopfe ich euch alle weg. Ich klopfe euch jetzt alle weg. Allesamt. Kloppt doch mal alles weg hier. Hallo? Du sollst alles wegkloppen. Ich glaub, du machst das nicht ganz richtig. Sag mal. Typ. Du machst das nicht richtig. Also, ich weiß nicht. Der ist gerade ein bisschen... Ah! Bist du irgendwie bekloppt? Ich glaube, ich muss das Ding hier als erstes zerschlagen. Hallo? Oh, da ist ja was, was ich drücken kann. Meine Güte, sag mal... Ich hasse es, dass ich hier keine Waffe mehr habe. Mann, jetzt schlag doch die Dinger mal bitte kaputt. Könntest du mal bitte die Dinger hier jetzt kaputt schlagen? Sag mal! Ey, ich raste hier gleich aus, ja? Ich raste hier einfach gleich aus. Mann, was macht der denn hier, ey, 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 der macht nur Kacke! Und das Ding hier kann er nicht zu hauen, oder was? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das alles gerade nicht. Hier ist doch irgendwas, was ich drücken kann. Aber ich kann's nicht drücken, weil... Satan. Keine Ahnung. Ach, er lasst mich doch alle mal in Frieden. So. Ähm, jetzt rüsten wir mal meine Waffe wieder aus, denn ich habe ja jetzt wieder vier Schuss. Ich weiß zwar nicht, was mir diese vier Schuss bringen. Aua, Aua! Bitte! Nicht! Oh, ich hasse es, ey. Das kann ich gerade gar nicht leiden. Diese Stelle hier ist absolut der... Weiß ich nicht. Mein Hass. Mein Hass-Moment. Kann ich mal bitte laufen? Ja, haut doch mal ab! Hallo! Haut doch mal bitte... Also mal! Hey, ich raste hier gleich aus, ja? Pass auf, ich schmeiße das Ding jetzt hier hin. Und jetzt mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich wird eh nichts passieren, denn ich bin zu doof dafür. Äh, hallo? Waffe ist das hier. Ja, los, mach das Gift hier einfach mal weg. So, und jetzt schießen wir das mal kaputt. Jetzt schießt das hier kaputt. Ich raste... Ja, los, mach das. Ich raste. Ich raste. Ich raste. Vielen Dank.